Das innere Gespräch, das wir mit uns selber führen, ist unheimlich wichtig. Sorge dafür, dass es positiv ist. Viele denken, ich glaube viele denken gar nicht, aber das innere Selbstgespräch bemerken sie ja gar nicht. Und wenn sie es bemerken, hört der Eker nach, es ist doch egal, wie ich über mich denke, dann mache ich mich halt fertig oder dann bin ich gemein zu mir. Beobachte mal, wie du mit dir selber sprichst. Ich rede aus Erfahrung. Oft kommt es schon vor, wenn ich sehr unachtsam bin, dass ich mich selbst runter mache. Unsere inneren Selbstgespräche sind ein klebriger Manifestor für die Zukunft. Es manifestiert meine Realität mit. So mächtig sind unsere inneren Selbstgespräche. Also wie sprichst du mit dir?